Hallo und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video zum Conan Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Heute habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet und zwar geht es darum wilde Hunde zu besiegen. Da müssen wir insgesamt 10 Stück erledigen und zwar stehe ich hier gerade in dem Quadranten C8. Das ist hier unten. Das ist im Endeffekt genau da, wo man wirklich spawnt hier an dem Ort. Spawnt man, wenn man im Westen anfängt bei einem Spiel und hier könnt ihr euch eigentlich ganz einfach merken, dass ihr hier so diese Gegend ablaufen könnt. Und da, wo ich jetzt stehe, hier sind ganz viele Hunde. Hier vorne am Strand sind nochmal, also hier oben steht nochmal ein Hund, hier unten am Strand steht nochmal ein Hund. Und wenn ihr dann hier zu dem Grab des Leviathans ist, ist es glaube ich also zu dem Menschen so ein bisschen rüberläuft, ungefähr hier. Da steht auch nochmal ein Hund, da könnt ihr so die Runde laufen. Und ja, ihr seht ja jetzt schon bei mir im Hintergrund, da sind sie schon am Laufen und sie mögen aber nicht so gerne geschlagen werden. Das ist mir schon aufgefallen, wenn man schlägt, sind die so schlau, dass die dann ihre Richtung in der Regel ändern. Deswegen dauert das unter Umständen ein wenig länger. Aber wie ihr seht, hier ist zum Beispiel ein Hund. Hier überall waren jetzt Hunde, die habe ich jetzt dummerweise eben schon getötet. Da muss man dann immer mal so ein bisschen rumschauen. Da vorne ist jetzt auch wieder einer, der da sitzt und das Ganze hier bewacht. Hier links hatte ich irgendwo noch einen gesehen. Das könnte jetzt allerdings auch der gewesen sein, den wir gerade kaputt gemacht haben. Und ja, wenn man jetzt da hinten wieder zurückläuft, da war auch nochmal ein oder zwei, die übrig geblieben sind. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Hunde. Ich weiß, man sieht sie jetzt nicht mehr, aber ich habe das schon vorgearbeitet. Und hier ist ein guter Spot, wo ihr wilde Hunde farmen könnt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video weiterhelfen können. Wenn ja, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video zum Konen Battle Pass wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.